Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8 zusammen mit Dalu, Baloui, Destiny und Katze. Hallo. Destiny klingt wie Mädchenname. Also ohne Cast. Destiny klingt eher wie ein Stripper. Das ist die Schwester von Denise. Mädchensripper, ich bin alles was ihr wollt, das ist kein Problem. Das Mädchensripper ist alles für uns, dankeschön. Ist die Destiny da? Ich guck ja gerne Mario Kart, denn da ist das mit Destiny. Ah, die gute alte Destiny. Peach, Daisy and Destiny. Ne, Yannick. That's me. Ja Katze, die Rolle von Borsett nimmst du doch weiter, oder? Auch nicht für YouTube, sondern für die ähnliche Plattform mit dem ähnlichen Namen. Ich weiß nicht, was du meinst. Kannst du das näher erläutern? Clipfisch. Genau. Clipfisch. My Video. Genau. My Mirio ist das. Oh man, das war mein Problem. Das war mein Problem. Klingst du wie ein Bomben hier. Edick, was ist los mit dir? Erik? Nur mit D? Ne, Edick. Ja, Erik nur mit D. Entschuldigung. Ja, ne, ich fahr auch gerade scheiße. Das sieht doch mal an der Fecke. Wie soll ich das Gefühl, dass wir die Map schon mal gefahren sind heute? Ne, sind wir aber noch nicht. Ich glaube, da haben wir noch nicht aufgenommen. Ja, und die war gespiegelt. Das kannst du gar nicht wissen. Wer hat mein Panzer geklaut? Günther, trauriger Sultan. Oh Mann. Leute, Bombe. Im Tunnel. Wow, Miri, ja. Oh Mann. Leute, ich glaube, jemand mit meinem Geist was. Oh, schön, den Piss. Oh Mann. Ist ja nicht so, ne? Yeah. Jetzt hat Edick schon wieder mein Item geklaut an der gleichen Stelle. Gar nicht. Was ist los mit Edick? Überschlägt sich mal ganz kurz die Stelle. Ja, aber wir fallen doch da nicht immer eins zu eins hinterher. Ja, ich habe ihn gar nicht gesehen. Wie, hast du da einen neuen Verehrer oder was? Ja, Edick und ich, ich sag dir nur nicht. Wir ärgern uns so ein bisschen, ne? Wir necken uns. Das war das erste Mal, dass ich hier in so einer Bananenrenge-Familie nicht sehen konnte. Hat der sich eigentlich verschrieben, als er Erik schreiben wollte, oder? Ey, du kassierst manchmal so viel random shit. Mhm, random shit nennt man das, ich sage. Ja, dafür erstmal nen kleinen Willi. Jetzt geht er an Baloui vorbei. Oh nein, direkt an Arrui. Was macht Baloui, ob hier vorne auf Platz 3? Ja, dann siehste mal wie random die Runde ist. Miri. Am 12. schreibt mich wenigstens keiner mehr an. Doch, wenn wir dich überrundet haben. Die dritte Runde, du Kek, Leon. Überhol mich mal, du Kek. Gar kein Problem für'n Bro-Wir. Ich habe Baloui alles abgenommen, was er hat. Ja, aber was auch. NOO! Nur Rukaini. Boah, dieses Finish gerade. Oh, Mann. Nein, Leute. Schreckliche Runde. Egal was ist, ich spam es. Wieso bin ich sechster, was? Weil fünf Leute vorne hier sind. Ja, aber warum? Wo? Ey, wenigstens noch älter, ne? Die habe ich nicht gesehen. Waren alle unsiegbar. Ich habe dich in der letzten Kurve überholt. Also ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Also ich bin ja begeistert. Und rote Kreise und Pfeile. Genau. Das ist die Burg. Die Bowser-Burg. Rote Pfeile und so. Nintendo hat YouTube durchgespielt. Ja. Ist schon auffällig, oder? Mit den Gesichtern immer so groß da drauf. Aber wieso ist bei Bowser's Burg kein Gesicht? Bowser hat keine Zeit mit Selfie. Wenn du kannst, du praktisch da ein Gesicht. Wer guckt böse? Natürlich sieht man da ein Gesicht. Hallo? Oh Gott. Kannst du ein Video machen? 48 Gesichter auf 48 Strecken-Thoutnails? Ja. Wieder gespiegelt. Wischi. Ich kann das machen, aber nur wenn ihr drauf reactet. Ja. Okay. So, wieviel Points hab' ich? Kann ich 5000 machen heute? Naja, wahrscheinlich nicht. Würden wir dir alle nicht gönnen, deswegen eher nicht. Let's see you. Musst du nur vor mir ins Ziel kommen. Ja, du ja halt schon. Ja. Musst du öfter machen. Aber eigentlich musst du nur bis, glaube ich, 6er mal ich Pluspunkte. Miri? 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 Wow, was ist passiert? Dein Name gesagt. Du bist mit den drei Bananen da neben mir rum gejuckelt. Ja, aus Versehen. Auch dieser gespiegelt. Wer macht denn so? Wir spielen nur gespiegelt, heute habe ich das Gefühl. Ja. Das ist für mich vor allem erschreckend. Ich hab' nicht mal einen Spiegel zu Hause. Ja, das stimmt. Du, ich merk's auch nicht, wenn es wieder Zeit bringt. Es geht nur traditionsmäßig alle halbe Jahre hin, ne? Ja, immer wenn ich dann so vorbeilaufe und dann so merke, ey. Immer wenn der Döner-Mann ihn nicht mehr mit Namen anspricht. Oh, ich glaube, ich muss wieder zum Friseur. Er weiß wieder nicht mehr, wen ich bin. Ja, er kennt mich nicht. Ach, come on. Mein Döner-Mann hat einen ganz besonderen Namen. Und den find ich toll. Wie geht denn? Ohohoho. 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 Der einen Freund. Ey, ich hab gar nicht Lust. Was? Mein Freund. Ich bin einfach nur Freund. Ich glaub, er nennt jeden zu. So nett er alle. Nein, er nennt jeden Chef. Aber du bist Freund. Geil. Kann er auch noch was anderes sagen, außer Freund und Chef? Ja, er hat doch wenigstens. Ja, kann er. Ja, kann er. Riech dich den Stern in so ne Zeit. Ja, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Ich wollte mich ja trotzdem noch ran. Nein, Katze, das Item braucht dich. Das war mir egal, Alter. Ohohoho. Da stand mein Name drauf. Das war safft. Nein. Ich hab irgendeinen darunter gedrückt. Ich hab mich grad als Rakete glaubt gegeben. Ich wollt grad sagen, schieß bitte mal den Roten auf Items. What the hell? Oh, mit dem Sterben. Jetzt bitte Blitzen. Oh, jetzt der Blaue, mein Freund. Donnerblitzen. Oh, blau. Wieso kriegen wir alle hier diese Mitleids-Willis? Jetzt kriegt der nächste Kugel-Willis. Das ist wunderbar. Leute, vier Kugel-Willis jetzt schon, innerhalb von zwei Sekunden. Miri, der ist für dich. Oh nein, er hat Sarah getroffen. Ich hab kein Item bekommen. Er hat mich getroffen. Ich lüge, ich hoffe, ich klau dir die Pilze. Oh Gott, wie gut. Jaaaa. Nein, geprallt ab. Ist ja zum Katzen. Come on. Nein, nein, nein. Ah. Das, das, Miri, das, das. Nein. Nein. Scheiße. Das letzte Item. Ist das der zweite Teil vom letzten Eindruck? Nee, jetzt kommt da nicht so ein Beklüter. Dado. Nein. Hauptsache Frau Baloui. Halt vom Jobo. Wie ist das heute? Hauptsache letzter. Boah. Plus eins. Plus eins. Toll. Oha. Also mit den 5000 wird er aber echt eng, Dado. Ey, solange es aufwärts geht, bin ich dabei. Ja, was ist denn das? Destiny's Cars hat einen schlechten Einfluss. Destiny's Cars. Hallo, ich war scheiße in dem Rennen. Destiny's Cars hat immer seine Predictions. Ich fahre jetzt mit dem wilden Wickler den wilden Wipfelweg. Seht ihr diesen arrogant guckenden Scherberton da? Nein, der Front, nein, die Augen sind rechts und links. Das ist ein Frosch. Aber das, was ist mit dem Haus? Das ist ein Frosch. Schau dir das an. Aber das, das Haus in dem wilden Wipfelweg, das guckt traurig. Nee. Aber die Toads davor gucken fröhlich. Ja, die sind ja auch auf Pilz. Ja, da ist auch Gesicht da drauf. Ja, ja, ja. Finde ich gut. Warum ist da ein Frosch? Ja, warum nicht? Er hat sich verlaufen. 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 Wenn du ihn küsst, wird er zu einem Prinzen. Oh. Oha, meine Strecke wurde gewonnen. Das hat Baloui damals auch schon erzählt. Ja, das hat nicht. Beim ersten Mal schon nicht funktioniert. Schade. Du kannst jederzeit das Internetkabel ziehen und zu tun ganz technische Probleme. Such an interesting offering. Ich stehe es in Betracht. Ja, ziehen ist das richtige Wort dafür. Miri würde es gar nicht mitkriegen. Hey. Du kannst einfach an deiner Switch brauchen. Oh, hey. Sorry. Ich habe ohne LAN. Du hast ohne LAN Adapter. Ja, deswegen lag das im Internet. Wie der? Mit LAN? Ja, Mario Kart musst du mitkriegen, sonst spielst du ein ganz anderes Spiel als wir. Ja, aber Miri und ich haben gar nicht so ein Ding. Hey, in der Luft ab... Nee, der Sch... Der Sch... Hallo? Wortwahl? Der Sch... Nein, der hat sich in der Luft zurückgesetzt. Oh, der Green hat den Frosch gewöhnt. Der liegt an dem LAN Adapter mir. Du hast doch gehört. Guck mal, wie weit ich jetzt hin halte. Ich bin über die Rote gesprungen. Die gingen auf... Wie über die Rote? Ja, die kamen hinter mir an dem... Oder an der Rampe. Und als ich gesprungen bin, ist sie unter mir hergefahren. Und was schämt seid ihr? Oh, da kommt ne blaue. Drei blaue. Blau! Das ist das neue Item bei Mario Kart 9. Die drei fache blaue. Ich hab's genau gesehen. Jetzt kommt wirklich eine. Und der Rote auch noch. Ja, okay. Nimm ich beide, komm. Hab's... Nein! Ey, da kommt noch ein roter, lass mal. Und da ist man wieder neun da. Da hat die Blaue nichts gebracht, wenn ich auch davon gehindelt werde. Musst du halt bremsen. Bist du aufpassen. Ja, ich hab gedacht, es passt zeitlich. Also ich bin wirklich drauf zugefahren. Hat es denn ne Bedeutung, wie weit man weg ist von der Explosion von der Blauen? Naja, also wenn du sie direkt ab... Ne, du drehst... Ne. Der, der in der Explosionsradius ist, der dreht sich. Und der andere hat halt den Stun. Und drehen ist... Sogeflippt. Drehen und recovert schneller. Deswegen von der Blauen auch lieber in der Luft treffen lassen, weil dann drehst du nur. Ja, oder vorher sogar runterspringen. Oh Gott. Ich hab gar nichts gesehen. Es gibt nichts. Heute ist irgendwie... Nein! Ich in die... Och Mann! Das kann doch wieder nur einem's gewinnen. Ja, ich hab grad meine rote abgeschossen, als hinter mir eine aufploppte. Ja, die eine. Du bist trotzdem noch zwei dann. Ja, weit weg. Und jetzt wurde mir mein Pilz im letzten Moment geklaut. No! Da kommt noch ein blauer. Aber ohne Target. Der ist halt nach den Zielen abgefeuert worden, so ähnlich. Als ob Yannick genauso viele Punkte macht wie ich. Der hat die auch verdient im Gegensatz. Boah, der... Das war aber für alle, glaube ich, eine gute Runde, weil der 12.000 als letzter geworden. Was? Warum ist Niri eigentlich im Moment so gut? Weil sie den wilden Wiggler spielt! Ja, ne! Doch! Der hat das heimig geübt oder so. Ja. Jetzt nämlich den lächelndsten von allen. Oh, solange niemand Käsel antwortet. Irgendwer ist raus. Hallo nimmt eh seine Lieblingsstrecke, weil da die geilste Musik kommt. Ah nein, hat er gar nicht. Big Blue war nicht dabei. Ich wollt's sagen. Big... Big Blue war nicht dabei. Na gut. Ping! Und dann war grad nur dafür, um zu rechnen, also das Spiel musste ausrechnen, ob alle schon geworfen haben. Oh nein, wir sind in die traurige Map. Oh. Ja, das hätte noch einer reinkommen können. Oh nein. Ach du meinst den großen Smiley Mund nach unten? Nein, ich mein links, die traurig gucken eine Laterne. Oh. Die streckt die Zunge raus. Ja, weil die traurig und gleichzeitig ziemlich angst. Was sagen wir dazu? Das ist eine traurige Geschichte. Das ist eine traurige Geschichte. Sehr gut. Nein, ich hab vergessen den Fust, aber einfach... Ich hab vergessen Gas gegeben. Ich hab vergessen Gas gegeben. Ich hab vergessen Gas gegeben. Immer das Autorennen mit unwichtigen Features vergesse ich immer. Bei Mario Maker vergisst er zu springen. Da kann man springen. Mario Maker. Mario Maker vergisst er sich. Boah! Mario Maker ist halt so warm. War gerade im Grün hier. Der kommt nochmal wieder, sag ich dir. Ah! Da war er. Da war er. Oh, ne Gräunen bringt dir nicht viel. Ich hab noch ne Banane, weil ich konnte die so schnell auswählen. Banane. Hallo. Aber ich komm wieder. Ja, aber jetzt drei blaue kommen. Erst mal ne Bombe. Ich bin extra nach rechts gefahren, um die da hinten zu legen. Ja, hab ich gesehen. Aber ich dachte, du wärst noch viel weiter links. Aber irgendwie hat er das nach rechts gefahren. Oh, nein. Und jetzt seh ich den blauen Yoshi da ganz hinten. Ja. Ich hoffe, du schämst dich. Ja, ich krieg da eh noch ne blaue. Also alles gut. Wahrscheinlich sogar von dir als Karma. Vielleicht. Oh, komm. Ich wollt den roten noch gegen Dalu benutzen. Ja, momentan hab ich mehr Defense als genug. Also der blaue kehmt mich. Da kommt er auch. Ich hab auch mehr Defense als genug. Deswegen schieße ich einfach mal da hin. Nein! Hahaha! Nee! Doch! Es wird nicht reichen! Komm! Baluigi! Häng dich rein! Ja! Hat der Grüne dich von vorne getroffen? Ja, mich. Oh, das war so wichtig gewesen. Yes! Nein! Nein, Vigna! Nein! Das mit Baluigi! Und der Adrian! Was ist passiert? Wie soll's mir nicht so gut? Ich will nicht mehr spielen! Wilder Wiggler! Der Wild Wild Wiggler! Der Wild Wild Wiggler! Sagt man auch im alten Westen! Wild Wild Wiggler! Im alten Westen! Das kommt jetzt nur für ne Map! Ähm! Wenn jetzt mittendrin das Ding auf einmal durchdreht, so ein Rad kommt. 200 auch noch! 200! Ach du Scheiße! Different male! Ganz wild! liberale hein! Wie 한국 Schweden sind dabei! Ich werd jetzt übrigens Letzter. Keine Sorge, Baluigi jetzt kannst du vor mir sein! Yes! Bald kommt Animal Crossing. Ich sage es wird ne Wind Stuff. hä? Kau, hey mal da! Baluigi! Ich wollte grad sagen! Baluigi, wir wissen nicht weh! Wir wissen wo wir mit den en poem sind! Ich mein's nicht, ob noch ein neues kommt. Ich liebe schon alle Animal Crossing gerade. Ja. Klar, dass man das nicht so richtig im Mutti-Fair spielen kann, ne? Das kann man spielen? Nee, eben nicht, nur so wieder so wie beim... Ich bin schon witzig. Nur so auf einer eigenen Insel. Du kannst doch die anderen Inseln besuchen, von den anderen. Ey, jetzt brauchen wir tatsächlich... Das ist doch richtig krass, wie so ein Rennenspiel. Ja, aber ich will ja kein Rennenspiel spielen wie Mario Kart fahren. Ja, Miri! Das war einfach nicht nett. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Hast den Dritten noch aufs Maul zurückgeworfen bekommen. Kugel Willi, ich bringe meine Sie! Ja, da hat auch so ne Flatrate an roten Panzern gerade. Ja, aber das bringt nix, wenn mir auch die ganze Zeit ne rote Panzer um die Ohren fliehen. Irgendwann hast du in meinen grünen gefahren? Hör auf! Das bin nicht mehr ich, das ist die Lucera. Wie Sarah. Jetzt kommen meine Routen wieder. Wie Sarah. Die wurden mir geklaut. Okay. Das ist gut, ich hatte mich grad nix zum verteidigen. Alter, ich kann einfach nicht. Ich hatte wieder drei. 200 ist einfach nicht meins, Mr. Kinas. Das ist einfach nicht für meine Generation. Das stimme ich zu. Nein! Ich glaube nicht, dass man bei den Generationen... Das haben wir ja auch abbekommen. Und du bist noch vorm Item, also alles gut schief. Ja, zum Glück. Müsste eigentlich passen. Hinterm Item wärs kritisch gewesen. Ich bin Vierter, da sind ein paar Leute hinter mir. Da liegen noch Äpfel, verdammt. Oh, das war sogar noch knapp. Ich bin doch da. Hast du noch abgekürzt, ne? Oh nein, ich fahr die ganze Zeit jetzt gegen den Stein. Nein! Ich kann nix machen. Es ist vorbei. Alter, das ist echt nicht meine Map. Äh, nicht meine Schnelligkeit. Ich kann das nicht fahren, ehrlich nicht. Letzte Runde. Heiterungs hat grad in dem Stein das Geld gesucht, dass da in einem drin war. Es ist vorbei. Da war doch überall Münzen. War ein richtiges Schafspiel. Oh, die glückliche Note kommt. Oh, der guckt so glücklich. Da sind zwei Balouis. Oh, und da gibt's schon wieder den erschrockenen Sid, den die ganzen Leute wählen. Warum? Das ist, ähm, dass, äh, dass die Leute, ähm, mal so aussehen wie ich, liegt einfach daran, dass die alle so sein wollen wie ich. Das ist immer ganz bloß. Aber du willst nicht der Erste gewesen sein, der so aussieht. Loli, ist das dann nicht gleichzeitig schon das, dass wir alle anders aussehen? Okay. Solange es genug andere Leute sind, die so werden sollen wie ich, ist doch alles guter. Mhm. Ich finde auch, es sollte mehr von dir geben, ne? Oh, Babypuck zu Ende. Oh, nein! Das ist ein Babypuck. Mayo ist dabei. Nochmal richtig Party jetzt. Pensionskinder, jetzt gibt's noch Mayonnaise dazu. Mal schauen, ob Mayo die Chance zum Catch-up hat. Musst du jetzt deinen Senf dazugeben? Auch gut, auch gut. Oh, ho, ho. Aber ich glaube, die anderen haben den ersten nicht verstanden. Oh, Items zieht voll ab. Oh. Hat einen Kickstart, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das will. Ach, bitte! Hast du eine Tröde gehabt? Der hat mich nicht. Ich hatte drei Grüne und die fahren mir alle rein. Oh je. Hey, was ist denn hier los? Ich werde jetzt halt von Sachen getroffen, die ich nicht sehe. Mach mal die Augen auf. Der ist für dich. Ich glaube nicht mal, dass du mich siehst, weil ich bestimmt hinter dir bin, oder? Das könnte sein, dass ich die gleiche berunde, ja. Hier, da. Okay, so weit, glaube ich, da sitzt du nicht. Noch mehr Rote! Stop it! Oh, komm schon, Leute! No! Hier, eine Pflanze für dich! Für wen? Hey! Für dich! Oh, ey, ich krieg nur Rote ab, aber die Pflanze halt noch nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit hinter dir und hab versucht, dich zu beißen. Wir drei Leute mit Sternen rumfahren, oder vier, oder fünf, oder alle! Oder 100! Was ist denn hier los, ey? So. Gib mir doch mal einen Stern, damit ich hier einmal fahren kann, ohne abgeschossen zu werden. Nee, jetzt glaub ich mir da irgendwie des Eizlung. Ja, das war ich. Toll, ich muss mit einer Banane. Wie weit Miri da vorne wieder abzieht, da muss man erstmal abschießen, jetzt in der letzten Runde. Doch, Miri, dann ist ab der letzten Runde. Das zweite ist doch auch gedreht. Oh nein, die arme Miri! Oh! 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 Ich hab Miri noch voll erwischt! Von zwei auf acht. Letzte Kurve zweiter. Heulen und abmoderieren! Abmoderieren, Miri! Das ist, glaub ich, die Abmoderation. Okay, das war's. Wir spielen nie wieder Mario Kart. Ich glaub, es hat euch gefreut. Guckt bei den anderen vorbei. Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Alles Päuriy!